Sie bachten mich an einen Ort und als ich mich umsah, stellte ich fest, dass ich im Himmel war. Das erste, was ich sah, war eine große, hohe Mauer. Sie war weiß und erstreckte sich so weit, sodass sie aussah, als hätte sie kein Ende. In der Mitte der Mauer war eine Tür, eine lange Tür, aber sie war geschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank.